Etwas wirft einen riesen langen Schatten in der Küche. Was wird das wohl sein? Ein Osterhase. Ich hab in jedem Zimmer alles verputzt, aber den in der Küche, den hab ich einfach vergessen. Ich würd sagen, es ist Zeit den Osterhasen in seinen wohlverdienten Jahresurlaub zu schicken. Also, adieu Osterhase.